ja heute mal was neues von masterlock diskusschloss sicherheitsstufe 8 egal was das heißen soll mit dem achteckigen bügel den man beurtelsteller kaum schneiden kann wobei beim diskusschloss kommt man so so kaum dran wetterbeständig mit abdeckung ja ansonsten eigentlich viel zu sagen gucken wir uns mal an was er heute macht ich habe wohl auch nicht gerade den vernünftigen spannender dafür aber sollte gehen ja 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 ein vernünftiger Flachspanner wäre besser aber habe ich irgendwie keinen passenden für den ein 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, da haben wir ihn doch. So, ist er schon. Doch gar nicht so schwer. Aber schön poliert, die Schweißnähte. Schöne Verarbeitung. Na ja, die Innenseite nicht ganz so schön. Aber sieht schön aus und hat gutes Gewicht. Aber gut, jetzt Linder da drin. Das ist keine Sicherheitsstufe 8. Das ist ja zu einfach, hier aufzumachen. Schauen wir mal. Ach, da haben wir doch. 1, 2, 3. Ach, gerade mal 4 Stifte. Gefühlt keine besonderen Sicherheitsstifte drin. Gut. 1, 2, 3. Danke fürs Sehen. Bis zum nächsten Mal.